Hallo, werter Patient, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal, Red Faction Guerrilla. Ich wollte das Ganze ursprünglich blind spielen, habe ich auch für zwei Stunden, und dann ist leider mein, äh, mir war es bei der Festplattenspeicherung, ist schiefgegangen und ich habe die ganzen Parts verloren. Deswegen werde ich jetzt nochmal so weit spielen, und ab dann wird es wieder blind. Ich kenne also schon einen Teil des Spiels, keinen großen, so wie ich gelesen habe, geht es nur 25 Stunden, ist also ordentlich Platz. Aus Erfahrung weiß ich jetzt aber, dass ich auf leicht spielen möchte. Gute Reise? Ja, wirklich bombig. Wie geht's, Mom? Du fehlst dir. Tut mir leid, dass ich Papas Beerdigung verpasst habe. Es war hier nicht einfach. Niemand hat erwartet, dass du durch das halbe System kommst. Was zur Hölle war das? Von Tux-Fahrer. D-DF. Ihnen gehört die Straße und alles andere auch. Vergiss die Propaganda. Den freien Mars gibt es nicht mehr. Red Faction? Sind letztes Mal nicht schon genug Leute gestorben? Wir stehen hier unter Kriegsrecht, Gefangenenlager, Folter, Erschießungstrupps. Die Leute brauchen etwas, woran sie glauben können. Tja, so sieht's aus. Da drüben ist eine Ausrüstung. Also so läuft das hier. Es wird ein paar Wochen dauern, bis du... Warte hier. Ich hab sie schon mal gesehen. Glaube ich kaum. Wie ich schon sagte, je eher wir ans Werk gehen, desto früher werden wir bezahlt. Na los. Okay. Sind wir also wohl Bergarbeiter. Jetzt dann ist ein bisschen Steuerung vom Spiel. Hier ist der Ort, von dem ich dir erzählt habe. Es war mal eine Forschungsstation, bevor die Marauder die Wissenschaftler massakriert haben. Marauder? Alles klar. Dann gehen wir jetzt Barschrott holen. Siehst du den Barschrott da auf dem Boden? Gib ihn auf, dann können wir damit handeln. Hab ich, äh... Ja, wenn sie zur Störung verbreiten, dann halten sie Barschrott. Und ich weiß, dass es hier mehr Barschrott gibt, wenn ich auch den Wagen verbrauche. Eines hab ich ja gerade noch bekommen an Barschrott. Das haben wir ja gesehen. So, und jetzt... Ich mach die hier auf. Und drin sind wir. An sich, äh... Das komplette Arsenal vernichten, aber wir haben ja tatsächlich Ziele. Und zwar müssen wir... Das sind die uns ja markiert auf der Karte. Wir müssen, äh... Das da, glaub ich, zum einen, ne? Ah, siehst du, das wird das hier... Warte mal, hier rüber? Nicht da hoch? Ja, sehr schön. Kann ich hier natürlich gleich drüber laufen. Hey, nimm deine Fernladungen und mach damit dieses Gebäude platt. Ei, ei, Scheffern. Im Augenblick kannst du zwei Ladungen anbringen und dann zünden. Schon eine Weile gespielt hat es... Zwei tatsächlich echt wenig. Komm wieder zu mir, wenn du keine Ladungen mehr hast. Ich hoffe nicht, dass das so bald passiert. So, das ist kaputt. Verheil dich, Alec. Oh, das hat schon gereicht und hab ich nicht gerechnet. So, hier muss ich jetzt schrotten gehen. Jetzt sammeln wir natürlich komplett ein. Ja, und offensichtlich gehört, denn... Naja. Du bist schon ein Terrorist. Großwicht. Mein Freund. Jetzt ist das... Genau, gut jetzt hier. Ich hab aber noch eine befestigt, die gar nicht in die Luft gegangen ist. Ah ja. Jetzt müssen wir ein zweites Geburt machen, das Ding hier. Na gut, da das ein großes Übergewicht auf einer Seite hat, werde ich mich vielleicht hier auch wieder auf eine Seite so ein bisschen konzentrieren. Dafür gehen wir aber mal an die Innenseite. Befestigen das auch in den Innenwänden, mehr so an den tragenden Elementen. Da eins ran. Da eins ran. Guck mal. Guck mal. Das hat genau einen ähnlichen Fecht, glaube ich, wie ich ihn erhofft hatte. Kann ich denn... Warte mal, wo ist denn die tragende Säule? Hier, ne? Ein bisschen weg. Na, kommt sie schon... Reicht noch nicht ganz, um sie runterzuholen, wie es aussieht. Dann da noch eins hin und da. Wo, 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 wo. Ich muss immer ein bisschen darauf achten, dass man sich nicht, dass man sich nicht irgendwann selbst mitnimmt. Ein bisschen weggehen. Ob das Labor mir entgegenkommt. Na, ich glaube, das hier noch und dann könnte es mir schon entgegenkommen. Na, reicht's aus. Ich mag es, wenn man sich so Gebäude nach und nach vernichten kann. Ich glaube, ist das das letzte problematische Tragen-Delement. Moment. Jetzt. Na? Oha. Dramatisch, dass jetzt alles so nicht zusammenfällt. Aber hier muss doch irgendwo Schrott rübergekommen sein davon, oder? Wenn es da von irgend so Schrott... Ach, man ist ja nicht mal ganz beruhigt. Ich glaube, wir haben ein bisschen Schrott eingesammelt, wie ich sehe. Ach, bis dahinter ist der Schrott geflogen. Na, dann sammeln wir den noch ein. Aber man braucht den tatsächlich gerade am Anfang eine Menge. Da hat man sich ja Upgrades leisten kann im Spiel. So, jetzt müssen wir zu Dent zurück. Wie geht's denn da lang? Da rück lang. Na dann. Los doch! Bist du bald fertig? Ja! Ich komme hier aus irgendeinem Grund noch nicht durch. Warte, ich mache hier gar nicht Platz. Geh! Weg, du dummer Stein! Na, du bist noch im Weg. So. Wir müssen uns verstecken. Wovor? Ich habe eine Vermutung. Vor dem dort. Daniel Mason, Sie sind verhaftet. Ergeben Sie sich, oder wir eröffnen das Feuer. Elek, lauf weg! Lauf! Daniel! Oh. Da sind wir bewusstlos gegangen. Ja. Das war klar. Baby! Da ist es Hallo! Die Earth Defense Force veränderte das Gesicht des Mars. Dank Terraforming hatten wir Luft zum Atmen. Sie schufen Basen, Wachtürme und Kontrollpunkte. Unsere Beschützer wurden schon bald zu einer Besatzungsmacht. Und nun haben sie meinen Bruder getötet. Dan sagte, sie würden alles nehmen. Was mich betrifft, haben sie das schon. Waffe fallen lassen, sofort! Habt ihr etwa Angst vor einem Hammer? Fallen lassen, Mann! Ihr habt kein Recht, meine Sachen zu zertrümmern! Ist Daniel Mason dein Bruder? Ja, das war er. Er ist tot. Dieser Trailer mitsamt seinem Inhalt wurde von der Earth Defense Force konfisziert und du bist verhaftet. Und weswegen? Spiel nicht den Trottel, Butler. Du bist von der Red Faction. Hört mal, ich komme gerade erst an! Ihr Typen seid schnell. Wir fanden diesen Sprengzimmer bei deinen Sachen. Ich bin Bergbauingenieur. Ich habe eine Genehmigung. Oder soll jemand eingezogen? Erschießen. Wir werden angegriffen. Verquetsch diesen Abschaum! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Sie werden dich von hier bis zu den Eiskappen jagen. Er meinte, ich sei von der Red Faction. Ob es dir gefällt oder nicht, Mason, jetzt bist du's. Und damit sind wir quasi im freien Spiel von Red Faction. Mason, ich bin Semenya. Ich habe mit deinem Bruder zusammengearbeitet. Wie schön für dich. Ich weiß, das ist alles ein bisschen viel für dich. Aber du musst uns vertrauen. Warum? Weil dir eigentlich keine Wahl bleibt. Der Commander möchte, dass ich dir das hier gebe. Es ist ein Handbuch, das dir helfen wird, hier draußen zu überleben. Ja, okay. Dann schau mal das mal an. Willkommen in der Red Faction. Fangen wir mit den Grundlagen an. Das kenne ich halt schon. Die sechs bewohnte Sektoren auf dem Mars. Parker, Dust, die Badlands, Oasis, die Freifeuerzone und EOS. Sie werden alle von der Earth Defense Force kontrolliert. Unser Ziel ist es, alle sechs Sektoren zu befreien und die IDF vom Planeten zu jagen. Es gibt nur ein Problem. Die IDF ist eine professionelle Militärorganisation. Sie haben das Geld, die Ausbildung und die Feuerkraft, um uns auszuschalten. Direkte Angriffe sind Selbstmord. Wir müssen ihre Schwachstellen treffen. Angreifen, wenn sie es am wenigsten erwarten. Wichtige Ziele zerstören. Und dann sofort verschwinden. Wenn du dich vor der IDF verstecken, Munition nachfüllen oder ein anderes Waffenset für die Arbeit wählen musst, findest du überall Unterschlupfe. Jeder verfügbare Unterschlupf wird auf deiner Karte markiert sein. Unterschlupfe. Wir haben nicht die gleichen Versorgungsmöglichkeiten wie die IDF. Wir können ihre Waffen stehlen, aber das reicht nicht. Sam ist eine Ingenieurin, die für die Red Faction arbeitet. Sie hat Wege gefunden, um Waffen aus Minensprengstoff und Werkzeugen zu improvisieren. Aber sie braucht Rohstoff. Hier kommt Barschrott ins Spiel. Wenn du Sachen zerstörst, findest du hinterher oft Barschrott. Sammle ihn ein und bring ihn zu Sam. Je mehr Barschrott du ihr bringst, desto besser ist die Ausrüstung, die sie dir liefern kann. Verlassene Gebäude sind eine gute Quelle für Barschrott, da es dort viele Hightech-Strukturen der IDF gibt. Bring sie zum Einsturz und bring den Barschrott zu Sam. Okay. Guerilla-Aktionen. Abgasmeister. Aha. Okay, das werde ich mir wahrscheinlich später noch ansehen. Oh, ich habe schon die Pistole. Lustig, ich dachte, die hätte ich nicht. Ah, wow. Das sind die momentan so bekannten Gegner. Okay, die Fahrzeuge, besser gesagt. Hintergrund. Und das schaue ich mir später mal an. Das kenne ich alle schon. Und Vergangenheitswürden. Sammeln sie versteckte Funkmarkierungen ein und Bomben aus der Ultron-Ära zu finden. Wow, okay. Das haben wir ja gerade gemacht. Nach den Rebellenangriffen auf... Äh, Missionen, ja, ja, ja. Die Menschenrechtskonventionen haben die Behörden die Menschenrechtskonventionen auf dem Mars außer Kraft gesetzt. Die IDF beschlägt am Jepstrand. So, das heißt, es muss hier irgendwo eine Pistole doch geben. Bogenschweißer, Pistole. Ich muss mir wirklich mal eine von dem, äh, einen der IDF da einschnappen. Neuer Handbucheintrag. Escape. Und wo ist der neue? Gerüller Handbuch? Hier. Neu, der Bogenschweißer. Umgegnungskurs anzuschalten. Er stößt eine elektrische Ladung aus, die auf mehrere Zwiebel springen und diese ausschalten kann. Er legt Fahrzeuge lahm, indem er ihre Elektronik überlädt. Sie müssen sehr an einem Ziel daran sind, um ihn zu benutzen. Das kann noch nützlich werden, wenn man irgendwie was ausschalten will an einem gegnerischen Fahrzeugen. So, was kann ich mir denn schon irgendwas holen? Ist denn schon irgendwas machbar? Äh, nein, ich hab nur sechs. Ah doch, der Barshot. Na, das finde ich jetzt aber nicht so doller, als dass ich's mir holen wollte. Würde. Daher, ähm, starten wir doch. Gleich mal die erste Mission. Ach genau, das kenn... Oh, entschuldigung, dass ich nicht mehr klicken soll. Ich kenn's, weil ich das schon kenne. Das wird ein Kinderspiel. Wir schicken dir jetzt die Koordinaten der Basis. Okay. Äh, ja. Dahin, okay. Alles klar, bin auf dem Weg. Ähm. Davies, Hugo Davies. Wie sind Sie hier hineingeraten? Die Bergbauunternehmen haben ein großes Erzvorkommen unter unserer Kolonie gefunden und wollten uns zwingen, das Land zu tun. Das war nett so gut gefahren, wie ich gern gehofft hätte. Tut mir leid. Ich habe die Überlebenden der anderen Kolonien gefunden und wir wurden immer mehr. Dein Bruder ist uns kurze Zeit später auch beigetreten. So. Das war schon immer Dan's Problem. Er konnte keine Auseinandersetzung aus dem Weg gehen. Ich stelle hier mal einen Wagen in den Weg. Dann könnten wir diesen Krieg vielleicht gewinnen. Weil vielleicht hält das ein paar IDF auf. Weil wir müssen dann auf den Fall fliehen. Das weiß ich jetzt schon. Weil es ist leider nicht so, dass wir das einfach nur kaputt machen können. In Ordnung. Ich bin an der Basis. Gut. Jetzt tu, was du kannst, um sie zu zerstören. Kein Problem. Zack. Wir haben ein paar Traumstoffflaschen zurückgelassen. Du bist aus oder Sprengladungen, kannst du sie hochjagen. Verdammt. Mason, eine IDF-Einheit nähert sich deiner Position. Beeil dich und bring den Job zu Ende. Ja, was die wohl hier wollten. Sie sagten doch, dies würde einfach werden. Das ist richtig. Da haben wir nicht gebrechnet, dass wir so lange brauchen. Oh. 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 Na. Wow. Mehr IDF ist unterwegs. Geh zurück zum Unterschlupf. Mason, sie sitzen die Erknacken. Sieh zu, dass du da rauskommst. Sie sagten doch, dies würde einfach werden. Na nun, wo ist denn die IDF? Ich würde nämlich dann einmal eine Pistole erwischen. Den da. So. Jetzt habe ich nämlich selber eine Pistole. Mit der bringe ich persönlich besser als mit dem Maschinengewehr. Ich weiß, klingt strange, ist aber so. So. Du hast scheiße geparkt. Aber wir haben sie trotzdem alle abgankt. Ohne Probleme. Da ist jetzt auch nichts mehr dabei, ne? Das ist das erste Bisschen. Wow, da schießt aber wer auf mich. Das ist nicht sehr freundlich einfach, wenn man zu schießen. Ja, und mir geht's übrigens gut. Du hast deinem Bruder alle Ehre gemacht. Er hatte dieselbe Definition von einfach wie sie. Ach ja, ich liebe die Sprüche hier manchmal. So. Barsch hat eingesammelt. Ich weiß, dass du sauer bist, aber wir bekommen keine zweite Chance. Dein Bruder hat das verstanden. Mason, du hast doch gesehen, wozu diese Leute fähig sind. Wir müssen uns wehren und dazu brauchen wir... Ja, ja, ich... Lass dir mal, während er so redet, nehme ich mal ein paar Sachen mit an. Das sollte helfen. So, das sollte tatsächlich... Ja. Das müssen wir schon drei Leitungen platzieren. So. In deinem Guerilla-Handbuch wirst du neue, nützliche... ...liche Informationen... Dann haben wir uns das doch mal an. Äh, vermute ich es hier noch ist. Willkommen in der Red Faction. Nein, das hatten wir schon. Das ist auch nichts Neues. Na dann. Ah, jetzt aber. Guerilla. Die Kontrolle der IDF über Sektoren variiert. Auf deiner Karte siehst du den entsprechenden Wert für jeden Sektor. Erfolgreiche Guerilla-Aktionen wie Überfälle senken die Kontrolle. Zerstörung von IDF-Eigentum, das rot markiert ist, erreicht das Gleiche. Wir haben Ziele für wichtige IDF-Operationen identifiziert. Ziele von mittlerer Bedeutung verursachen einen größeren Kontrollverlust, wenn sie zerstört werden. Einige der Ziele sind von hoher Bedeutung. Hier musst du planen, bevor du zuschlägst. Und dann werden daraus wahre Hornissen-Nester. Aber die Belohnung ist enorm. In jedem Sektor gibt es Missionen, die für die Befreiung erforderlich sind. Bring die Kontrolle auf Null und beende alle Missionen. Dann zieht die IDF ab. Alles klar. Um die IDF zu besiegen, brauchen wir die Unterstützung der Bevölkerung. Dazu musst du die Moral in jedem Sektor steigern. Die Moral wird durch erfolgreiche Guerilla-Aktionen, Zerstörung von IDF-Eigentum und einiges mehr, das du selbst herausfinden wirst, gesteigert. Wenn jedoch ein Kolonist stirbt, sinkt die Moral im Sektor. Sei also vorsichtig. Wenn die Moral im Sektor steigt, werden Munitionskisten voller sein und die Kolonisten werden an deiner Seite kämpfen. Außerdem erhältst du mehr Barschrott für abgeschlossene Missionen, wenn die Moral im Sektor hoch ist. Eine höhere Moral bringt also mehr Munition, Hilfe und Barschrott. Drei entscheidende Elemente für unseren Erfolg. Gut, und das sind jetzt die Division-Centransporter. Ein IDF-Vertreter hat für uns gearbeitet. Ihr dient Geheimdaten, Waffen und anderes, Zeugen, Fahrzeug und allen Sektoren. Aber die IDF hat ihn ausgeschaltet und wir haben ihre Spur verloren. Diesem Fahrzeug sind Sender versteckt. Wenn sie ein Signal registriert, fahren sie das Fahrzeug umgehend zu einem Unterschlupf. Wenn sie das beste Mitglied der Red Faction werden wollen, dann müssen sie Grundlagen kennen. Wir haben auf der ganzen Welt Terminals platziert, die ihnen beibringen, wie man schnell und effektiv Gebäude abreißt. Bestehen sie dieses und verdienen sie sich etwas Barschrott. Gut. Das heißt, wir können jetzt ja tatsächlich schon uns noch eine der Nebenwissern schnappen. Oder nein? Das machen wir im nächsten Part. Das war der erste Part von Guerilla Red Faction. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Red Faction Guerilla. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß wie ich. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Ich verabschiede mich für die nächste Folge. Bis dahin, euer Professor Grieb von Ositom of Gaming. Ciao.